Guten Tag, willkommen in unserem Kino. Guten Abend, könnten Sie mir sagen, welche Filme heute Abend laufen bitte? Ich konnte das Kinoprogramm im Internet leider nicht finden. Unser Kino wurde erst vor einer Woche eröffnet und an der Website wird noch gearbeitet. Welchen Film oder welchen Genre würden Sie denn gerne sehen? Nach einem anstrengenden Tag an der Uni schaue ich mir gerne Horrorfilme und Thriller an. Läuft derzeit sowas? Natürlich, es sind gerade zwei amerikanische Thriller und ein sehr spannender japanischer Horrorfilm zu sehen. Das klingt sehr gut. Eine Kinokarte für den Horrorfilm bitte. Zeigen Sie mir bitte zuerst Ihren Personalausweis. Wir dürfen nämlich keine Karten für Horrorfilme dieser Art an Minderjährige verkaufen. Aber ich bin doch schon Student und ich nehme meinen Personalausweis meistens nicht mit. Dann kann ich leider nichts für Sie tun. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen eine Karte für den Zeichentrickfilm anbieten. Heute ist definitiv nicht mein Tag. Erst habe ich die Klausur verhauen und jetzt darf ich in den Film nicht rein. So? Was denn nun? Karte oder keine Karte? Na gut, der heutige Abend ist sowieso völlig ruiniert. Ich nehme eine Karte für den Trickfilm. . . Untertitelung. BR 2018